hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ich wollte einmal ganz kurz meine mining einstellungen zeigen und meine hasch raten weil ich habe mir jetzt ein paar videos angeguckt und die kriegen da teilweise nur 22 megahashes hin mit einer 1080 ti und ich wollte das hier einmal kurz gezeigt haben also ich habe gpu tag plus 50 vram plus 50 gpu spannung 3 prozent leistungsgrenze habe ich auf 50 prozent gesetzt und gpu temperaturgrenze 65 grad genau stromverbrauch rechts oben zeigt da irgendwie nicht mehr an ich weiß nicht ich habe unter last was verändert und auf einmal ging der stromverbrauch auf null prozent das stimmt natürlich nicht ich verbrauche aktuell ich habe meinen kompletten computer und natürlich auch den monitor wattmeter angeschlossen und ich verbrauche aktuell 267 watt schwankt immer so zwischen 262 und 267 watt meine grafikkarte verbraucht aktuell das sieht man links im bildschirm die lilanen die lilaner schrift 164 watt alleine nur die grafikkarte ja die cpu die schläft die cpu die schläft das sieht man hier 41 grad alles gut ich habe die lüfter hier sieht man hier unten vorne und hinten ist aus weil es wird mir sonst zu laut gerade wenn er auch nachts am meinen ist wenn ich weggehe dann mache ich die mal an kühlung ist immer gut kühlung ist immer gut aber ansonsten ist das auf standard ja und das war ich jetzt mal ganz kurz laufen noch ach was mir noch eingefallen ist das wollte ich noch einmal kurz zeigen hier der rechner lief jetzt drei tage lang durch ich habe jetzt 2 dollar 76 eingenommen und mein tägliche meine tägliche einnahme ist 84 cent ungefähr ich habe ein average von 24,7 der ist aber noch nicht wirklich aktuell weil ich die einstellung gerade geändert habe und vorher als ich das auf null hatte hier überall gpu spannung auf null und selbst die leistungsgrenze die war höher und gpu temperaturgrenze war auch höher hat er eine geringere haschrate erreicht das total komisch also ich habe jetzt die ganze zeit immer ein bisschen rumprobiert und 33 32 also zwischen 30 und 33 ist bei mir normal er rutscht manchmal ab hier auf 28 29 also zwischen 28 und 33 ist bei mir normal aktuell ja und aber der average der ändert sich halt erst mit der zeit ne ja das war's auch schon wieder mit dem video bis zum nächsten mal ciao ciao so